Gut 150 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus sind in Deutschland inzwischen bekannt. Politik und Wissenschaftler haben erneut betont, es gebe keinen Grund zur Panik. Gesundheitsminister Spahn will durch mehr Informationen der Bevölkerung die Sorge vor der Infektion nehmen. Virologe Drosten von der Charité in Berlin unterstrich, Corona sei eine milde Erkältung. Sie sei nur ein Problem, wenn sie massenhaft auftrete.